Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Hikolo Night. Ja, wie ihr seht, heute ausnahmsweise mal ohne Kamera, weil es mir nicht so super geht. Und ich sehe einfach so fix und fertig aus, dass ich dachte, nee, jetzt müsste die nächste Folge ohne Kamera rauskommen. Aber ich muss ja trotzdem irgendwie hier das am Laufen halten, ne? Ich meine, unser Ritter kann nicht ewig warten, bis er mal das Ende der Story erfährt. Und deswegen, ohne Kamera geht es weiter. Zumindest für die nächsten paar, fünf, sechs Aufnahmen. Ja, ich habe gesehen, mein vergangenes Ich war so freundlich, hat sich umbringen lassen und mir die Scheiße zu überlassen. Was mache ich da eigentlich? Eigentlich könnte ich doch mich porten, meine Seelen holen. Ich glaube, das machen wir nämlich. Wir porten uns, holen unsere Seelen. Also gehen jetzt wieder hier hin. Und... Ja, kacken mal kurz auf den Mister. Äh, falsch. So, wir gehen zurück nach Mistmund. Das mit Sote regt mich immer noch extrem auf. Also, wie schwer kann man bitte schön ein Level machen? Da sind wir noch allein dort. Die andere hat sich verzogen. Ich bin mal gespannt, wo die eigentlich ist. Hi. Ja, 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 ja. Gib mir, gib mir. Gib mir... ...meine Leiche. Ja, hier. Mh, diese Leckerbissen würde ich sehr genießen. Wie versprochen, wäre ich jetzt mit dem Ritual beginnen. Danke. Das war mir jetzt zu Whisky mit den 6000 Seelen. Dass da dann irgendwas schiefs geht. Es ist natürlich jetzt auch traurig wegen... ...wegen unseren Amuletten, die jetzt schon wieder kaputt sind. Aber das können wir ja schnell bereinigen, indem wir schneller runter rennen. Das ist ja jetzt wirklich nicht weit. Ich glaube, es war alles... ...war es alles runter. Ja, und dann nach rechts. Wir holen uns jetzt die Medaillons zurück, weil die halt einfach viel zu gut sind, als dass wir sie nicht nutzen. Oh mein Gott, das war knapp. Und da unten habe ich noch... Was habe ich da eigentlich markiert? Aber. Was habe ich da markiert? Frag für einen Freund. Hä? Ich hinterfrag das jetzt einfach mal nicht. Da oben ist eine Maske. Wie kommen wir da hin? Waren wir hier schon mal? Das ist doch neu hier, oder? Das war nicht so gut. Das war auch nicht so gut, egal. Geil, warum haben wir das nicht schon viel früher geholt? Schön. Vielleicht, weil wir hier nicht hochkamen. Ne? So schnell geht's und... Wir sind voll falsch und müssen hier rüber, oder? Aber immerhin, durch den Weg haben wir jetzt schon wieder was Neues entdeckt. Ist das nicht wundervoll? Was war hier unten eigentlich? Gar nichts. So, immer mal wieder ein bisschen durchschauen und sich treffen lassen. Sehr gut. Ich sag dir tschau. Ich sag dir tschau. Da oben soll ein Zug sein. Ach, das haben wir aber. Das haben wir schon mal. Okay, ne, aber mein. Aua. So, wir müssen nach links. Und hier nach... Wir sind so dumm. Ich bin so dumm, Mann. Wir sind so falsch. Und ich hätte da nach links müssen. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass ich von hier aus rüberkomme, oder? Wo sind wir gerade? Ich bin so ein Losty. Wie kann man nur so lost sein? Egal. Egal. Jetzt ist es so. Dann gehen wir halt hier entlang und dann hier gleich nach links. Da unten zu Pilzöden. Pilzöde rein. Was war hier? Was war hier? Was war hier? Was war hier? Das ist eine komische Statue. Ich bin mir nicht sicher, ob hier... Nö. Ach, warte. Hier haben wir ja damals die Brücke geöffnet. Stimmt, da war was. So, Pilzöde. Wir wollten zum Händler. Der war weiter oben. Ich bin Gott sei Dank jetzt in dieser Kack hier schwimmt. Ich hab's vergessen. Da erinnere ich... Ich erinnere mich übrigens an was, wo wir unbedingt noch hin müssen. Und wir gehen jetzt hier mal nach rechts. Ich will wissen, dass ich da markiert hab. Tauchen kann ich hier nicht, oder? Nee. Ich hasse sie immer noch. Warte, Kind. Warum bist du hierher gekommen? Bist du gekommen, um dieses wilde, verfallene Land zu bändigen? Viele sind gekommen, um diesen Ort zu läutern. Aber alle, die zu lange hier blieben, werden irgendwann ein Teil von ihm. Ja, sogar die wilden Käfer, die unter uns lautern. Sie waren einst stolz wie du, doch jetzt sind sie nur noch Monster. Hüte dich vor Träumen des Ruhms, Kind. Dreh um und kehre nicht zurück. Wir fordern ihn natürlich heraus. WTF? Was geht ab? Okay, bis jetzt geht's. Okay, 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 okay. Ich konzentriere esen. Ja, das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Das war gut. Das war schlecht. Es war auch nicht gut. Kurz heilen. Nicht gut. Töten, töten vielleicht. Einfach töten. Das war's. Oh, heilen. Nicht sterben, bitte nicht sterben. Oh mein Gott. Ich hab mich grad noch gehealt. Oh mein Gott, Leute. Das ist lustig, ich bin erkältet, Mann. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Mein Verstand, erkehrt zurück. Haben wir geschlafen, Kind? Ah, ich erinnere mich. Diese stolzen Fürsten waren sie wirklich Monster. Ich erinnere mich wieder an ihre Augen. Hell und klar. Warm habe ich mich dann so von ihnen gefürchtet. Wenn es in dem Dorf Wahnsinn gab, dann nur, weil ich ihn hinbrachte. Mit Recht stießen sie mich aus. Mit Recht töten sie mich. Als ich anke. Sie töteten mich. Ah. 1700 Seelen. Wir gedenken den Ältesten. Schade, dass es nur 100 Dinger gab. Ich dachte, es gibt 200. Dann hätte es nämlich gereicht für... Nur kurz gucken, ob sich was verändert hat. Gar nichts. Okay. Hätten wir genug für das 1800er Upgrade. Und ich hab Angst. Wir müssen hier sowas von weg. Heilen. Ich würde mich gerne irgendwo heilen. Das wäre sehr freundlich. Danke. Oh, Gott sei Dank. So, wir sind gleich da. Das sieht super verdächtig aus, übrigens. Seht ihr, was ich meine? Das sieht mega verdächtig aus. Was ist hier? Was ist hier? Egal. So, wir ruhen uns hier kurz aus. Der heilt unser Zeug. Reparieren. Danke. Wir legen es kurz an wieder. Schön. So, als nächstes. Jetzt abgesehen von den Flammen, die mich aufregen. Hier links waren wir noch nie. Ja, nice. Das fällt mir gerade so auf. Wie denn auch? Oh. 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 Geil. Neuer Ort. Die Nebelschlucht. Ob wir jetzt von der anderen Seite reingekommen sind? Jetzt bin ich mal gespannt. Das war nicht so geil. Ja. Okay. Okay. Ja, what the fuck. Das kann ich auch fertig machen. Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Oh, die habe ich gar nicht gesehen, tatsächlich. Wir gehen hier nochmal runter. Irgendwie das Gefühl, dass es hier noch was geben könnte. Zum Beispiel den Tod. Zum Beispiel hier, da hätten wir ja früher niemals hingehen können. Ich hasse die Viecher übrigens. Da musst du richtig mit Bedacht dran gehen. Genau deswegen. Die Eier. Die Eier exporten. Wie kann man nur so lost sein? Das soll er mir reparieren? Ich muss es wahrscheinlich erst de-equipten. Ich habe ja kein Geld. Oh mein Gott. Wie kann man eigentlich nur so schlecht in einem Spiel sein? Alter, ich... Nee. Ach, Gottes Willen. Nee. Tötet mich. Will nach Mistmund. Danke, danke. Oh, Mann. Wir gehen nochmal zu den Typen da nach hinten, holen unsere Leiche und gehen jetzt zurück. Oh, Mann. Hi. Ja, 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 danke. Danke. So. Warum porte ich mich eigentlich? So, wir gehen jetzt Hier ist ja die letzte Maske Wir sind gerade eben Wo sind wir gestorben? Am schnellsten ist wahrscheinlich Station der Königin Sind wir da Dann können wir einfach nach rechts, rechts, hoch, hoch Und dann sind wir eigentlich schon dort Ja, ich glaube, das ist der schnellste Weg Ja, wobei ich von hier so zack Doch, Station der Königin Der Queen So, wir müssen nach oben Das mit der Flammen Da belege ich immer noch Ob wir uns für ihn entscheiden sollen Oder gegen Ich meine Vom Ritual Warum hat das gerade sieben Seelen gegeben? Schmerz Ist das überhaupt noch richtig? Ja Da liegt was Da waren wir noch nicht Warum waren wir da noch nicht? Wahrscheinlich wegen den Viechern Weg hier Wie kommt man da rein? Von unten Da Das war bad Und ich hasse diese Viechen Die Muskel sind weg Tadaa Journal des Wanderers Wir wollten Ero Oh, passt Warum waren wir hier noch nicht? Wo sind wir hier gerade? Ich glaube, wir haben damals die beiden Pilze gesehen Ja, das waren noch Zeiten Das war schön So Wieder hoch, hoch, hoch Guten Tag So So, wieder rein Dann können wir gleich wieder sterben Das ist ja optimal So Und wo sind wir gerade hier mit lang? Hier links, gell? Wir sind hier nach links Richtig Was ist hier eigentlich so rot angezeigt? Ach, da ist so ein Baune Da habe ich voll übersehen Nice Das war der Grund, warum wir gestorben sind Oh Gemein Wir können es hier nicht festhalten Super Und das letzte Das letzte Wir gucken kurz runter, was dran steht Höhlen Voll Nebel Giftige Sporen Gelehrte Oh, wow Moment Nur kurz gucken Okay Okay So Dieses Mal mitbedacht Mitbedacht Ja, das war sehr bedacht von mir Ich glaube es war hier links, gell? War es hier? Ich habe Angst Lieber raus und wieder rein Wow Ich glaube es war nicht hier Aber hier waren wir auch noch nicht Ich bin so froh, dass wir hier schon durchschwimmen können Ach, natürlich Oh, der Händler Ähm, das ist die Frage Von oben Von oben Äh, wie hat das einen verfolgt? Ich glaube nicht, dass wir nämlich damals hier hochkamen Kann ich mir nicht vorstellen Es sieht sehr gut aus Perfekt Hi Oho So merkwürdig Highlandsnetz auch sein Kann diese Höhle übertreffen Alles Hast du dieses dunkle Ton Oder uns gesehen? Es ist ziemlich verstörend In seiner Nähe zu sein Ich habe es möglichst vermieden Zum Glück habe ich einen anderen Weg hineingefunden Auch wenn ich mich beim Warten durch die Säure ein wenig vereinzelt habe Ja Kathograf, das war die letzte Karte in dem Fall Wir haben jetzt alles vollständig Wahnsinn Gut, Leute, ich würde sagen Hier machen wir einen Cut Und nächste Folge holen wir uns dann die letzte Maske Es ist schon so weit Ich danke euch auf jeden Fall für uns einschalten Und wir sehen uns in der nächsten Folge auf Licht wieder